Yo Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzverbot. Ich möchte mit euch mal kurz in diesem Video über die Situation hier auf Madeira reden, wie sich jetzt hier alles innerhalb von drei Tagen komplett verändert hat. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht auf einer negativen Art und Weise reden. Negativität gibt es momentan viel zu viel auf der Welt. Es gibt sehr viel extreme Panik, die teilweise leider auch jetzt schon berechtigt ist. Das ist schon interessant, wenn man überlegt, dass vor zwei Wochen sich noch jeder auf Twitter darüber lustig gemacht hat und heute sind ganze Großstädte in Quarantäne gestellt. Das ist schon interessant. Also ich muss sagen, aus Deutschland hat man das ja immer so rübersegern hören. Also ich bin halt Deutscher und ich führe halt auch nur deutsche Kommunikation und sehe halt deswegen auch nur Nachrichten aus Deutschland. Ich kriege ja von hier eigentlich nicht so extrem viel mit durch die Social Medias und sowas. In Deutschland war das auf jeden Fall schon sehr viel länger vorhanden. So diese ganzen Hamsterkäufe, diese ganzen Videos, die man halt immer alle sieht, dass irgendwelche Leute sich da um Klopapierrollen schlagen. Ganz ehrlich, wenn ich einkaufen gehen würde, ich mir normal Klopapier kaufe und irgend so ein verrückter Opa von hinten kommt und mir mein Klopapier an der Kasse aus meinem Wagen klauen würde, ich würde komplett ausrasten. Ich glaube, ich würde ihn umboxen. Ich bin ganz froh, dass ich momentan nicht in Deutschland bin. Das Ganze hat hier vor ungefähr drei Tagen angefangen, kann man glaube ich so sagen. Das war hier nicht vorhanden. Also man hat natürlich im Sportstudio, konnte ich immer so die Nachrichten sehen und sowas wie Corona oder sowas konnte man ja herauslesen, weil das ist halt international, das ist halt nicht portugiesisch oder sowas. Und am Anfang war das nur in Italien. Dann waren die portugiesischen Nachrichten voll damit, dass in Italien halt das ein ganz großes Thema war. Und dann hat man irgendwann gesehen, dass es umgeschwenkt ist, dass es auf einmal auch in Portugal angekommen ist, auf Madeira angekommen. Dann hat man halt Coronavirus in Kombination mit Madeira gesehen. Also wie gesagt, ich verstehe die Sprache halt nicht, aber das sind halt die zwei Wörter, die ich halt verstehen konnte. Und dann hat es auch schlagartig hier angefangen. Dann habe ich die ersten Instagram-Stories gesehen von Leuten. Also hier sind ja immer noch einige YouTuber, die dann gezeigt haben, dass es hier genauso anfängt, dass die Schlangen, also am ersten Tag, wo das Ganze hier panisch angefangen hat, wo die Medien hier angefangen haben auch zu sagen, dass das Ganze auch hier angekommen ist. Ich schwöre euch, der ganze Einkaufsladen war voll bis hinten. Also normalerweise ist ja hinten die Fleischtheke und ihr müsst euch vorstellen, die Kassen waren bis hinten hin voll mit irgendwelchen Einkaufswägen von Leuten, die einkaufen wollen. Die Panik ist hier richtig ausgebrochen und ich denke, das hat sich hier auch richtig durchgesetzt. Also man muss jetzt auch sagen, der Präsident von Madeira hat hier auch zugemacht an dieser Stelle. Also wir waren gestern, ich Adlersson, jetzt habe ich den Namen gesagt, ist ja auch egal, ich werde doch nicht dafür gesperrt, dass ich den Namen sage von jemandem, der gebannt ist. So ein Schwachsinn, ich mag ihn ja trotzdem, ist mir ja scheißegal, ob er gebannt ist. Und mit seinen Kumpeln und noch zwei anderen Randoms waren wir unterwegs und die Stadt war leer. Von Schall lebt Samstag richtig auf. Wirklich Samstag ist das richtig geil, vorne einfach nur durch die Promenade zu laufen und einfach nur sich die Leute anzugucken. Da ist überall Party, überall hört man laute Musik. Dieses Bummern vom Subwoofer, richtig geil gestern. Nichts. Es war niemand unterwegs. Keine Ahnung, um 21, 22 Uhr waren die Straßen komplett leer und da fängt das Partyleben erst richtig an. Man hat niemanden gesehen. Es waren keine Autos mehr da. Gut, hier sind jetzt ein paar Autos, aber das ist auch verhältnismäßig viel weniger jetzt mit dem Verkehr. Gerade jetzt so zu der Abendzeit, wo auch nochmal so die letzten Leute, die jetzt ihre Arbeiten verlassen, auch wenn es Sonntag ist. Hier wird Sonntag auch viel gearbeitet. Also ich kann auch, wir können, auf Madeira kann man sonntags auch einkaufen. Normalerweise ist das hier auch viel voller, aber das ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist, die Straßen sind leer, die nehmen das hier sowas von ernst. Also der Präsident von Madeira hat auch gesagt, es ist so empfehlen, zu Hause zu bleiben und hier halten sich die Leute extrem daran. Also daran merkt man auch einfach, dass die Kultur hier so viel frommer, so viel netter ist. Wisst ihr, was ich meine? Also das sieht man auch, wenn man hierher kommt, die Leute sind nett und die halten sich an Regeln und hier sind auch Dinge draußen, so wie Springen, Wasserbrunnen, woraus man trinken kann und Sachen, das wäre in Deutschland nicht möglich, weil irgendwelche Spasten kommen würden und die halt kaputt machen würden. Wisst ihr, sowas merkt man halt, dass hier ganz viele Sachen in der Öffentlichkeit rumstehen, wo man weiß, in Deutschland, die stehen da keine Woche, weil irgendwelche besoffenen Leute das kaputt schlagen oder sowas. Und das sieht man auch daran. Er hat ein Machtwort gesprochen und es laufen kaum noch Leute auf der Straße rum. Es ist halb geistermäßig so ab. Also man sieht, dass die Leute so das Nötigste machen, wenn sie arbeiten gehen müssen. Natürlich müssen sie dann raus, aber mehr passiert auch nicht. Die bleiben wirklich alle drin. Das Fitnessstudio wurde auch komplett umgestellt, so dass man nicht mehr nebeneinander ist. Jedes zweite Fitnessband ist abgesperrt mit einem Absperrband, wo draufsteht, es muss immer mindestens ein Meter Platz oder so sein zwischen anderen, damit man nicht zu nah aneinander ist. Und generell, was soll ich sagen? Man darf nicht mehr einreisen. Also man darf einreisen, aber man wird zwei Wochen in Quarantäne gestellt. Wenn du jetzt Bock hast, nach Madeira zu kommen, dann kommst du hierher und wirst erstmal von der Polizei irgendwo reingesteckt, wo du zwei Wochen unter Quarantäne bist. Du bleibst zwei Wochen höchstwahrscheinlich in einem Hotelzimmer und darfst nicht raus, bis es sich halt ergibt, ob du krank bist oder nicht, damit du hier halt natürlich die Infektion nicht weiterträgst. Und rausgehen ist natürlich auch schwierig. Unger hat das auch so erklärt, wenn natürlich ein Einreiseverbot besteht, dann kommen auch keine Flugzeuge von hier wieder weg. Das bedeutet, man kommt hier gerade auch ganz schwierig wieder weg. Höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche oder so gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Gestern, mit denen wir gestern unterwegs waren, waren zwei da, die heute fliegen mussten. Ich weiß gerade nicht, ob die heute fliegen konnten oder ob das gestrichen wurde. Das weiß ich nicht, aber in großem und ganzem wird es darauf hinauslaufen, dass man hier auch erstmal nicht mehr wegkommen wird. Und Alter, du kommst nach Madeira und musst zwei Wochen in Quarantäne. Guck mal, das ist eigentlich schon die gesamte Urlaubszeit von Leuten. Da wird man wahrscheinlich nicht herkommen und sich in Quarantäne stellen lassen. Und generell, ist schon krass, wie sich das Ganze entwickelt hat einfach innerhalb von wenigen Wochen. Wie gesagt, ich kann mich noch kristallklar daran erinnern, wo sich Leute einfach noch darüber lustig gemacht haben, wo das einfach noch kein Thema war. Und ich ja auch. Ich habe es ja auch nicht wirklich ernst genommen, weil ich immer nur diese Hamsterkäufe und sowas gesehen habe. Ich fand das auch lächerlich, aber irgendwie kann ich es immer mehr nachvollziehen. Weil das ist ja immer, das wird ja immer klarer, diese gesamte Situation. Arbeitsplätze sind gefährdet. Da habe ich große Angst, auch so um meine Umgebung. Ja, vor anderen Leuten, ja, kenne ich halt nicht. Dann habe ich nicht Angst um die. Aber um meine Leute habe ich halt Angst, die so in meinen Umkreis sind, die natürlich auch alle darunter gefährdet sind, so hier in der Reisebranche. Hier auch zum Beispiel, da habe ich jetzt nicht Angst vor, aber die ganzen Taxifahrer hier, die stehen alle am Hafen und machen nichts mehr. Es passiert ja nichts. Keiner will raus. Hier bricht doch alles zusammen. Madeira lebt davon. Madeira lebt doch absolut von Tourismus. Und wenn hier keiner mehr herkommt und wenn sich das jetzt hier über Monate hält, ich meine, viele halten sich doch hier gerade so über Wasser. Der Verdienst hier ist doch auch Dreck. Also wenn man jetzt normal in der Gastronomie oder so unterwegs ist, dann was verdient man da? 600, 700 Euro. So, da kann man sich nicht Geld hier ansparen, weil die Lebenserhaltungskosten hier auch nicht so viel geringer sind, dass sich das irgendwie in Relation stellen lässt zu dem Verdienst, was man in Deutschland verdient. So, die können hier nicht einfach Monate ausharren. Und das, das wird, ach, ich bin kein Wirtschaftsexperte oder sowas, aber das ist alles, das ist gerade alles ziemlich gruselig, wie sich das alles entwickelt. Nichtsdestotrotz will ich mich davon nicht unterkriegen lassen, so. Ich will meine gute Laune behalten und das wird auch das letzte Video sein, was ich euch jetzt hier zugebe an dieser Stelle. Weil, ja, es ist, man ist eh umgeben davon. Da muss ich nicht auch noch, da muss ich nicht auch noch auf euch einhacken. Guckt mal, das habt ihr schon gewusst? Ein Virus ist gerade im Laufe. Ich würde gerne mal wissen, ob es irgendwen gibt, der so, der so sozial isoliert lebt, dass er nicht weiß, was hier gerade auf der Welt passiert. Das gibt bestimmt so einige Leute locker. Irgendwelche, irgendwelche Leute, so 35, 40-Jährige, die irgendwie den ganzen Tag WoW spielen oder so. So dieses Klischee-hafte, weißt du? So Grüße gehen raus an RTL 2. Oder war das RTL damals? Weiß ich nicht mehr. Dieser Gamer-Bericht. Naja. Jedenfalls isolieren sich hier die Leute auch alle stark. Ich mache mir jetzt nicht so viele Sorgen darum, dass ich nicht nach Hause komme, weil ich weiß, dass ich jetzt hier noch über einen Monat, einen Monat und eine Woche hier bin. Also regulär und selbst, selbst wenn danach, wie gesagt, es gibt schlimmere Orte, an denen man isoliert wird. So Madeira ist ja schon eine ziemlich schöne Gegend und wenn die meisten dann auch noch Angst haben, rauszugehen, ja, dann habe ich halt mehr Straße für mich, die ich befahren kann, ohne auf den Verkehr zu achten. So, wisst ihr? So ist da auch mal ganz angenehm. So, deswegen fahre ich ja auch nachts, so, weil ich meine Ruhe haben will. Und wenn ich es jetzt sogar am Tag machen kann und dabei noch ein paar mehr Sachen sehen kann, dann warum nicht? Ich sage an dieser Stelle einfach nur, das ist immer leicht, aus meiner Position zu sagen, so, ich will das auch gar nicht so. Ich will eigentlich sagen, locker bleiben, aber viele von euch sind ja viel angewiesener gerade auf diese ganze Situation oder sind ja dieser Situation viel mehr ausgegeben als ich. Beziehungsweise ich meine, ich bin halt YouTuber, ich bin selbstständig, ich kann meine Videos trotzdem weitermachen, deswegen will ich so gar nicht reden, weil ich halt schon in einer sehr guten Position stehe gerade, um mit der Situation auch umgehen zu können. Man darf einfach nicht vergessen, das ist immer blöd, wenn man in so einer Situation darauf hinweist, aber es gibt Länder, da leben Menschen ihr ganzes Leben lang zehnmal so schlimm, wie wir jetzt gerade sind und wir schieben hier alle so eine Panik, weil wir vielleicht mal nicht 80 Klorollen Klopapier kaufen können. Das dürft ihr nicht vergessen, dass es immer noch andere Länder gibt, die permanent in so einer Situation hier sind, mal zehn, also die sich glücklich schätzen würden über die Situation, in der wir gerade sind. So, daran halte ich mich immer fest, so, dass wir ja trotzdem in einem sehr guten System wohnen, auch hier auf Madeira, in Deutschland besonders, so, und wir werden das auch überstehen, wie gesagt. Was ich euch einfach noch ans Herz legen kann an dieser Stelle ist einfach, wenn ihr so Menschen wie ich seid, ich lebe ja gerade sehr gesund und ich denke, dass mein Körper auch gerade auf einem sehr guten Weg ist, kümmert euch um alte Menschen, wenn ihr eine Oma, wenn ihr einen Opa habt, wenn ihr generell so vorerkrankte Menschen in eurer familiären Umgebung habt, dann kümmert euch um die, weil das sind die Menschen, die letztendlich am meisten darunter leiden würden, wenn sie dadurch erkranken und wo es dann auch gefährlich wird. Wie gesagt, wir, was passiert, wir kriegen ein bisschen Schnupfen, wir kriegen ein bisschen Fieber, das lässt sich auskurieren. Nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen können wir das ganz so gut überstehen und das darf man letztendlich auch nicht vergessen, dass ja die meisten von denen, die unterwegs sind, die von diesem Virus gar nicht so hart betroffen sind, wie man es halt immer meint. Deswegen, kümmert euch um eure Liebsten, wenn ihr von euren Großeltern noch was haben wollt, geht für die Einkaufen, haltet nicht so diesen intensiven Kontakt, kümmert euch generell einfach um ältere Leute, um bereits immungeschwächte Menschen, die wirklich darunter leiden und mehr kann ich an dieser Stelle auch nicht sagen. Das war Tanzverbot, kommt lieber nicht nach Madeira, außer ihr wollt zwei Wochen irgendwo im Hotelzimmer sitzen und ja, ich wünsche uns allen, ich wünsche uns allen, ich wünsche uns allen, ich wünsche uns allen viel Glück, dass das alles funktioniert, dass niemand finanziell daran zerbricht, hoffe ich auch. Wie gesagt, ich gucke mir Leid auch nicht gerne an, es ist ja nicht so, dass ich mich daran aufgeile, wenn ich sehe, ha geil, der hat kein Geld mehr. Das werden wir schon irgendwie schaffen, wir müssen vielleicht auch ein bisschen Vertrauen in unseren Staat sitzen, auch wenn er uns schon oft im Stich gelassen hat, aber es wird schon klappen. Alles klar, an dieser Stelle, das war das Letzte, was ich zu dem Thema gesagt habe, ihr kriegt genug Informationen auch noch von anderen und ja, alles klar, haut rein Leute.